Mit der Meisterschaft, das war schon ein geiler Abschluss, wenn wir jetzt noch mal einen draufsetzen können, dann ist das natürlich alles top. 2008 in den verlorenen Finale warst du, mitunter der beste Mann auf dem Feld, heute leider nur zum Scheu. Es ist ein bisschen, die Ego tut das Bild, dass man sich nicht selbst rebranchieren kann für die Finale in der Lage? Ja, absolut, ich hätte es natürlich gewünscht, klar, als Sportmann wird immer dabei sein. Und das ist absolut mega Highlight und wir werden uns jetzt gleich auch auf der Tribüne die Beine zittern. Und ich werde in der Reaktion entsprechend mitgeben, die Woche mit dem Team und drücken die Daumen, dann halt jetzt, sagen wir mal, neben dem Platz, letztlich auch Platz gehen. Heute schwitzt jeder. So, liebe Leute, ihr werdet nie vergessen, dass Florian Kringer für den BVB geteilt hat. Ihr werdet das BVB-Logo immer auf den Herzen tragen. Vielleicht noch mal von uns allen der Dank an einen Prostlosen, der Dank an Florian! Kringer! Florian! Florian! Kringer! Florian! Kringer! Ich glaube, du darfst dich verfolgen vor diesem BVB-Logo. Oh! 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 Florian Kringer! Jetzt sitzt aber die Tän grüße schon und ist bereit, oder? Ja! Ja! Ich hab dann ein bisschen geworfen. Also, wollen wir doch den Namen Florian jetzt nicht noch emotionaler dastehen, dass das er eh schon ist. Er wird ja noch Spannung erhalten für das Spiel. Also! Florian Kringer für euch und, wie wir sagen, machen weiter mit dem Jahrhunderttor! und Michael, euer Auftritt.